Sonst noch zur näheren Zukunft irgendwelche Vorhersagen, der Minji Kuo sagt, wir bekommen die AirTags für so teilartige Tracker mit einem U-Chip drin. Ja, die stehen ja jetzt schon recht lang an. Jetzt wird es mal Zeit, dass die rausfallen. Und wir haben möglicherweise eine Qi-Ladematte von Apple. So Psycho-Geigen kommen rein. Psycho-Geigen? AirPower! Nein? Ich bin gespannt. Wagen Sie es nochmal, oder ist das einfach so ein einfaches Pad und fertig? Naja, also AirPower wird es sicher nicht sein, oder? Nach diesem letztlichen Drama, dass sich diese Ladematte unterzogen hat und dass sie dann wirklich da sagen mussten, nee. Weil da hätten sie es ja auch noch offen halten können. Keine Ahnung, vielleicht machen sie da irgendwas Simples auch. Also ich weiß auch nicht, warum Apple jetzt, aber ich meine, auf der anderen Seite ist es halt alles, was Apple irgendwie an Accessoires bringt, wird natürlich auch verkauft. Da können sie natürlich auch eine eigene Lade. Da können sie halt 50 schleifen. Ja, also Lade, genauso wie dieses Aufsteller-Doc für die Apple Watcher. Was ist denn das, was ist denn das, was ist denn das demnächst ein iPhone einfach beilegt? Anstatt. Ne, als Ladegerät. 50, spinnst du. Hast du mal mit der EU telefoniert. Die können ja Micro-USB an den, an den, an das Ding machen. Genau. Und außerdem nächstes Jahr gibt es eh keine Ports mehr, deswegen die EU, das ist alles easy-going. Laden jetzt hat ab dann dort. Naja, komm, was kostet ein einfaches Ladepad von Apple? So ein Drittel von der AirPower. AirPower war bei 200 Dollar, haben wir gesagt. Haben wir gesagt, ja. Also das ist momentan zu unterstreichen. Das ist Konsens gewesen, ja. Dann musst du es durch, dann musst du es durch 2,5 teilen, 2,5 teilen, wegen den zwei iPhones und dem, äh, der Watch. Watch, ja. Was für so ein Watch-Ladegerät, so ein Kabel, 30, 50 Euro, oder? Das kurze. Ja, ja, ja. Du musst abziehen, musst du durch 3 teilen, dann bist du bei 100 für ein einfaches Pad. Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall interessant, weil solange es halt, solange es halt der Herr Quo sagt, kann man ja zumindest mal sagen, da ist irgendwas, was in der, ja, in der Lieferkette vorbereitet wird, was offensichtlich ein Ladepad ist, aber ohne da irgendwelche weiteren Angaben zuzugeben, ist es natürlich wirklich, bleibt sehr offen, was da am Schluss aus Apple rausfällt und ob das in irgendeiner Form sinnvoll und interessant ist oder jetzt halt wirklich was Spannendes ist. Muss mal schauen. Oder ob sie sich, oder ob sie wirklich nochmal nach dem ganzen Airport-Fiaskos plötzlich doch gelöst haben und und das rausfallen lassen, als unter welchem Namen auch immer, das wäre natürlich lustig. Das darf halt wirklich nicht anfangen zu brennen. Wäre wahrscheinlich besser, ja. 199 Dollar. Ja. Stimmt, da kommt ja nochmal Euro, Steuer, alles kommt da noch drauf. Ja, also lieber mal die AirTags, weil ich glaube, die sind, die sind auf, gefühlt sind die überfällig, weil die sich einfach so lange auch im System schon abgezeichnet haben und die wollten, also ich frage mich, ob sie die nicht wirklich früher bringen wollten. Das, ja. Was kosten die AirTags? Bitte, bitte vorhersagen. Guck mal wieder auf die Preisprognosen. Ah, AirTags, ja, das ist, ähm. Wir schauen mal die Teils. Also, wir. So ein eins, was kostet, ja, Teils ist natürlich ein. Wir gehen davon aus, dass die wieder aufgeladen werden können, ne, logischerweise. Wäre ja sonst absurd. 25 bis 35 kostet so ein Teil. Ja. Also, das wird, sagen wir mal, 49 Dollar für einen. Okay, ich hätte 80 gesagt. Ja, ist wahrscheinlich die schlauere, 79 Euro, das Preissegment. Was ist es dir das wert, wenn du deinen, zum Beispiel, Schlüsselbund verlierst? Das ist ja sehr viel wert. Es kommt sehr auf den Schlüsselbund an. Großer Schaden immer. Ja, immer großer Schaden. Immer großer Schaden. Ja, ist schon. Ich glaube, du musst es, du musst es wahrscheinlich so rechnen, dass, wie viel brauchst du davon als, als Einzelperson? Vielleicht zwei, maximal drei. Für, für eine Tasche, für einen Schlüsselbund, für irgendwas sonstiges noch. Ähm, und wenn das Ding so eine Lifetime hat, also aufgeladen werden kann, von irgendwie, weiß ich nicht, drei Jahren, vier Jahren, äh, dann, da, 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 da muss ja fast schon für Apple argumentieren und sagen, die müssen 80 Dollar nehmen für so, für so ein Ding, weil sonst rechnet sich's ja gar nicht. Also, so würde ich zumindest die Rechnung aufmachen. ähm, ich sag 50 Dollar. Ja, das wär jetzt so aus dem Bauch die sehr, die richtige Größenordnung. Was schon sehr viel ist, aber vielleicht funktionieren die ja im Gegensatz zum Teil auch. Also. Ich glaub, Alex liegt mit seiner Preisprognose deutlich besser. was der Rest inklusive mir. Also, ich bin auch gespannt. Also, ich glaub da, ich glaub, ich glaub, da ist preislich auf jeden Fall viel Spielraum. Selbst wenn sie die für 99 bringen, ähm, das könnte sich auch, das wird sich auch für 99 verkaufen, unter Bestrich, glaub ich. Weil Herstellungskosten sind bei dem Teil ja auch quasi null. Ganz nah an der Null. Ich weiß ja, da darfst du nie, ob es geht noch mit den Herstellungskosten. Naja, so ein bisschen schon, weil so ein bisschen, du, natürlich bezahlst du da so für die Entwicklung und den quatschst mit rein, aber ob du jetzt da, also ich find, an so einem Teil ist halt nicht mehr dran als an so einem Alpha-ID-Tag und eine Batteriehalterung. Ja, das war's ja. Ja, an so einem iPhone ist halt nicht mehr dran als an so einem Display aus China. Ist ja das alles die selbe Argumentation. Das ist eine andere Argumentation. Äh. Ja. Egal, schauen wir mal. Dann, preislich wäre noch interessant, es gibt so Diskussionen gerade um, was ist mit Disney Plus, wie sind die Abonnentenzahlen in den USA, wie sind die Abonnentenzahlen von Apple TV Plus. Hm. Wie viele Leute haben überhaupt das Gratis-Abo in Anspruch genommen? So wenig, geschätzt wenige. Ja, ich mein, geschätzt, man kann natürlich immer sich da jetzt alles zusammenschätzen, weil ich weiß nicht. Keiner weiß es. Weiß nicht genau, wie man, wie man das sinnvoll schätzen sollte, außer wirklich einfach ins Blaue zu schätzen oder nach irgendeinem seltsamen Berechnungsmodell halt irgendwelche Zahlen zusammenzurechnen, wie viele Leute es gibt und wie hoch halt normalerweise solche Raten sind an Leuten, die das dann auch nutzen. Aber, ähm, also, dass du dir einfach überlegst, so wie viele Geräte hat Apple wahrscheinlich in den USA verkauft und sagst dann, okay, es sind nur 10 Prozent, die halt sowas machen, dann sind es halt nur 10 Prozent von diesen in den USA verkauften Geräten. Aber das ist natürlich, da hast du so viele Unbekannte in dieser Rechnung, dass es, dass da halt, da kannst du auch einfach irgendeine Zahl am Schluss sagen. Das sind 12 Millionen, nein, 27 Millionen. Ja, das ist, ähm, die einzigen Eckpunkte, die wir haben, sind irgendwie so 80 Millionen, glaube ich, Geräte sind verkauft worden, die prinzipiell Anspruch hätten auf, auf so ein kostenloses Abo in diesem Zeitraum von diesen drei Monaten, wenn ich nicht falsch liege, so ungefähr. Und dann kannst du, du musst ein bisschen abrechnen, Leute kaufen zwei Geräte oder so weiter und mehr hast du nicht. Mehr als Grundlage hast du nicht mehr an festen Zahlen irgendwie. Und, wie viele Leute fähig waren, darauf zu klicken, wie viel Werbung gesehen haben, et cetera. Keine Ahnung. Deswegen glaube ich auch ehrlich gesagt, dass Apple die nicht jetzt unbedingt, ähm, ähm, mutwillig keine Zahlen genannt hat, sondern einfach irgendwie nur gesagt hat, wie sie es immer tun, irgendwie alles super, super, super toll, ähm, alles spannend und so weiter. Ähm, sondern die, die, die richtigen Zahlen, so wie die richtigen Abonnenten, die kommen ja wahrscheinlich echt erst nächstes Jahr. Und dann, ähm, und dann vielleicht sehen wir ja dann Zahlen, wenn sie gut sind. Und sonst, und sonst hören wir nur weiter super Zahlen. Ähm, also, deswegen, das ist so eine komische Flugsituation, weil, bei mir haben sich auch Leute gemeldet, die, ähm, die wirklich für, äh, die kein neues Gerät gekauft haben, aber trotzdem mal abonniert haben. Ähm, was ich spannend fand, weil das ist, glaube ich, äh, gefühlt war das für mich immer so die, die kleinere, äh, ja, Äh, Anzahl der Leute, die, die sowas wirklich angehen. Und dann vielleicht noch mal für, für einen Monat irgendwie nur, ähm, ausprobiert oder so. Deswegen, also, bis sich das eingependelt hat und so weiter, vielleicht sind die Zahlen auch gar nicht so relevant, weil Leute haben jetzt erstmal das Angebot geschaut, ähm, das Startangebot geschaut, und dann gibt's ja jetzt irgendwie zwei, drei Folgeserien und so weiter, aber es ist ja, äh, dann ist ja auch nichts mehr erstmal zu schauen bei Apple TV Plus. Ja, das hast du schnell ausgeschaut im Moment. Ich glaube, das ist, glaube ich, relativ klar, also, ähm, aber das ist, glaube ich, auch Apple relativ klar. Das ist halt einfach mit diesem, mit dieser Strategie sind sie da jetzt rangegangen und das, äh, Ich glaube, eine gute Strategie. haben sich ganz offensichtlich ja einfach dagegen entschieden, irgendeinen Katalog dazu zu kaufen und, äh, das heißt, das war ihnen klar, dass sie am Anfang halt eine Handvoll nur an Zeug haben und deshalb war sicher auch mit ein Grund, um zu sagen, ja gut, dann lass uns halt einfach mal das erste Jahr an die Neukäufer einfach mit rausgeben, weil es unter dem Strich auch wurscht und dann haben die Leute schon mal reingeschaut und, oder halt Prozentsatz der, der Kunden schon mal reingeschaut und dann kann man dann halt sehen, wie, wie man davon weitergeht und, ähm, ich glaube, unter dem Strich ist jetzt, im ersten Jahr ist jetzt erstmal wichtiger halt überhaupt irgendwie so eine Basisbibliothek aufzubauen und dann vielleicht ein paar Preise unterwegs einzuheimsen und ein bisschen Hype aufzubauen nach Möglichkeit und dann, äh, kann man, und ein bisschen an den Apps hoffentlich noch weiter zu feilen oder an der App weiter, also ich meine, das ist irgendwie blöd, weil sie ist ja, ist ja jetzt inzwischen echt, dadurch, dass sie halt auch auf den Fernsehern ankommt und, und halt auf verschiedene Hardware vertreten ist, was für Apple ja sonst relativ untypisch ist, ähm, variiert da ja auch viel, also das, äh, das ist, glaube ich, jetzt erstmal der entscheidende Faktor an dem Ganzen und dann, dann sehen wir, sehen wir da über das erste Jahr weit hinaus irgendwann vielleicht mal ein bisschen, was, was da zahlenmäßig ist. Es ist interessant, dass sich Disney, ich meine, was heißt interessant, die Zahlen waren ja offensichtlich sehr erfolgreich, äh, dass sich da Disney hingestellt hat und sehr klar einfach gesagt hat, wir haben halt jetzt so viel, so und so viele Abonnenten, aber was bedeutet dann diese Abonnentenzahl unter dem Strich, auch bei Netflix, äh, Abonnenten, was bedeutet es unter dem Strich, wenn jeder Abonnent kann ja eigentlich zu jedem Monat abspringen und dann halt zwei Monate wieder später wiederkommen oder halt für die nächsten zwei Jahre verloren gehen, also du, das ist ja das, auf der einen Seite hast du diese Abonnements, die halt super funktionieren als Geschäftsmodell und die natürlich viele Leute einfach weiterlaufen lassen für lange Zeit, auf der anderen Seite hast du halt einen Berg an Kunden, die sehr aktiv vielleicht, äh, sehr aktives, ähm, Abo-Hopping betreiben und halt hier mal 5 Euro oder 10 Euro oder irgendwie aus 15 einschmeißen für einen Monat und das halt schauen, was sie schauen wollen und dann sich halt zum nächsten Dienst weiter bewegen und da irgendwas halt schauen, was gerade als neues Highlight rauskam, also das kann man ja schon auch machen. Aber ist ja Stress, diese Streaming-Promiskuität. Ja, was heißt Stress? Also ich, ich, ja, ja, also ich meine, das ist doch diese Churn-Rate, die da, aber ich glaube, die gibt keiner von den Streaming-Anbietern an, ähm, wie das, ich weiß nicht, ob sie die angeben oder so, weil da kann man, kann man ja schon sehen, wie wechselwillig Leute sind und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wenn du erstmal so ein Abo hast, dann bleibst du, dann bist du nicht jemand, der Monat für Monat kündigt und obwohl du es könntest, also ich glaube, die überwiegende Anzahl der Leute bleibt dann schon dabei und ich meine, sind ja irgendwie dann 28 Millionen oder so, die sie, reported haben, ich glaube, da sind sie auch ganz stolz drauf, zu Recht, also, ähm, ich meine, in der, in der Conference Call ist Mandalorian auch mal, äh, prominent gefallen und so weiter und es geht ja auch weiter mit Mandalorian und so weiter, wurde auch zeitlich platziert, da ganz gut erwähnt, ähm, und, und, dass die Leute irgendwie diesen, diesen Backkatalog geguckt haben, was ich sehr überraschend, ich finde es immer noch überraschend, aber vielleicht ist es bei Disney gar nicht so überraschend, weil die ja einen, einen, einen Backkatalog haben, der oft, oder für viele Jahre einfach gar nicht oder nie verfügbar war, ähm, und, äh, der existiert halt dort in diesem Angebot jetzt und das ist einfach nicht Zeug, was irgendwie schon halt dreimal vorher durch Netflix geflogen ist und irgendwie, weißt du, auch vom DVD-Ramschtisch irgendwie, also, da, das ist vielleicht auch ein anderen, ähm, einen Ansatz davon, ähm, als, als Streaming-Anbieter, der so jetzt komplett von Null startet oder mit so einem, so einer Standard-Brotkiste an, an Titeln irgendwie, äh, daherkommt. Da passieren ja auch interessante Bandeleien bei solchen Geschichten, zum Beispiel, wenn du jetzt bei der Telekom hergehst und den neuen Telefonanschluss bestellen möchtest, dann machst du hier Gutschrift, 200 Euro, Router-Gutschrift, Online-Vorteil, Connect, Verfügbarkeits-Check, bla, 50 Megabit runter, 10 hoch, dann kannst du dazu klicken, Fernsehen, Magenta TV, 5 Euro Fernsehen, Magenta TV Plus, 10 Euro, Magenta TV, Netflix, nochmal 19 Euro dazu. Wieso verkauft die Telekom Netflix-Abos? Die haben ja auch mal Spotify-Abos verkauft. Das ist genauso ein Mist. Ja. Ja, gut. Also, ich weiß natürlich nicht, was sie tun, aber machen sie vielleicht irgendwie, nochmal zusätzliches Quality-of-Service, wenn du dein Netflix über die Telekom gekauft hast? Also, ohne Scheiß, könnte ich mir vorstellen. Naja, kannst du dann upgraden auf 4K? Das ist doch wahrscheinlich die 4K-Variante mit für 19, oder? Nee, nee, HD, HD. Warum ist das dann, ah, warte mal, das heißt aber, da ist Magenta TV mit drin, oder? Weiß nicht, ich kann es nicht anklicken, weil dieser Shop, naja, ist drin. Okay. Das heißt, du kriegst halt Netflix plus Magenta TV. Also, du hast zwar jetzt, glaube ich, nichts gewonnen dadurch, so geldmäßig. Aha. Weil das, nee, aber ich zahle doch, was zahle ich für mein Standard-Abo? Mein Standard-Abo zahle ich, glaube ich, 12, glaube ich. Da habe ich jetzt noch 14. 14? Ich frage mal mein Paypal, da landet mein Netflix drauf. Und, ach, das ist Paypal, ach, kommt nicht. Was ja gang und gäbe ist, ich habe gerade nochmal meine Mobilfunkanbieter abgeschaut, du kannst ja Spotify überall dazu buchen, wenn das ja auch gang und geht, oder? Also, in Deutschland, dass du das Spotify-Abo da mit dazu buchst. Am Anfang war das ja so, dass sie das gemacht haben, weil in dem Moment, wo du es mitgebucht hast, war plötzlich halt Spotify nicht mehr in deinem Volumen drin. Das ist ja heute mit den wundervollen gerichtlich verbotenen Stream-On-Angeboten immer noch drin. Danke. Ist das ja irrelevant geworden für die Leute, die sowas haben. Und, ja, kann man jetzt sagen, ist nicht mehr nötig. Aber ja, man kann das, glaube ich, immer noch. Die Frage ist, warum? Bei dem Disney Plus ist, auch Verizon-Kunden haben in den USA irgendwie das ein Jahr lang kostenlos bekommen. Also, da wurden, glaube ich, auch keine exakten Zahlen genannt, aber es gibt halt immer wieder diese Bundle-Line-Geschichten und das halt, ja, diese 28 Millionen, die sie dort jetzt als Kunden verzeichnet haben bei Disney Plus, natürlich auch erst ein Relationsgesetzwert können, mit dem, also, wie wir wirklich bleiben und über das Jahr hinausbleiben und so weiter, wenn wir das nächste Jahr oder ein Jahr abgeschlossen haben. Ja, und dann gibt's gesetzliche Anstrengungen, dass solche Verträge für Mobilfunk und so weiter nur noch ein Jahr laufen dürfen, was ja auch ganz spannend ist und sich dann nur noch um drei Monate verlängern dürfen, demnächst vielleicht möglicherweise. Welche Abos da jetzt genau drunter fallen, war mir ein bisschen unklar. Da war so eine Einschränkung dabei, für welche Arten von Diensten das gilt. Da stand dabei so für Mobilfunk oder so. Ich weiß nicht, ob das für das Festnetz auch gilt und wo ist da die Grenze für sowas? Ich weiß es nicht genau. Festnetz? Hier musst du kurz. Ja. Ah, ja, ja. Moment. Nee, aber das hat ja auch ein bisschen Auswirkungen auf die, hier die Telefone, die vom Mobilfunkanbieter mit finanziert werden. Ja, und also zumindest auf die Preise derer. Weil klar, die Telefone wird's weiterhin geben, aber wenn du halt ein iPhone nicht mehr über zwei Jahre quer funktionieren kannst, über 10 Euro pro Monat mehr zum Beispiel, dann wird's halt teurer. Wie vorhergesagt, es muss weitere Stufen über dem Hero-Smartphone geben. Ich hab offensichtlich das Hero-Smartphone verpasst. Du hast es verdrängt, du warst da anwesend, glaube ich. Top-Smartphone, Super-Smartphone, Hero-Smartphone. Haben wir uns das hier ausgedacht oder gibt's das? Das gibt's bei der Telekom, ernsthaft. Alter Schwede. Hieß die Folge nicht sogar so? Da war ich, also wenn ich hier war, war ich nur körperlich anwesend. Das kann ich dir sagen, das ist sehr harträumend. Ja. Vielleicht warst du auch nicht da und krank, das war letztes Jahr relativ häufig. Die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch. Oh je. Und wenn nicht, war ich danach krank. Also wenn ich nicht zugehört hab. Ich hab auch einen Ausschnitt gefunden, da reden wir über Rollerunfälle und stellen fest, dass das jetzt niemand mehr machen muss, weil genug Leute sind schon aufs Maul gefallen und dafür gibt's ja Jackass. Genau. Ja. Wie geht's dir eigentlich? Ja, der Arm ist noch dran. Ich kann mal halbwegs bewegen. Ich kann jetzt wieder so, ne? Ah. Meine Dance-Moves kann ich jetzt wieder auf jeden Fall, aber... Ich hab da sehr schockierende Fotos gesehen. Ja, aber das ist das Schöne, das bot sich ja an, also auf diesen Ausschnitt von der Bits und so bot sich's ja an, so ein relativ altes Foto, das halt noch mit ziemlich viel Jodsalbe auf der Tackerwunde war, damit zu antworten. Das, da konnte ich ja quasi nicht anders. und, ja. Meint ihr, das geht so durch mit diesem einen Jahr Laufzeit für Handyverträge? Es wäre ja angenehm. Für die Kunden wahrscheinlich schon. Andererseits könnte es natürlich sein, dass die Anbieter sagen, ja, da müssen wir mal einen Preis hochgehen, weil dann... Ja, das wird halt passieren. Würde sich natürlich anbieten dann, ja. Irgendwie lässt sich das, lässt sich das dann schon wieder abwälzen. Also ich glaube auch, dass das, ja, unter dem Strich, ich glaube auch, also ich meine, wäre natürlich erfreulich, weil diese zwei Jahre, plus, dass du ja auch in vielen Verträgen nach diesen zwei Jahren, wenn du den Ablauf verpennst, ja dann auch nochmal, also zumindest bei der Telekom ja dann auch nochmal zwölf Monate länger drin hängst. Das sind ja auch so Spielchen. Sowieso, sowieso der Klassiker, ach, das ist auch ein guter Punkt, daran nochmal zu erinnern, die bei der Telekom, ich weiß nicht, ob Vodafone auch gerade nochmal, aber Telekom hat ja gerade wieder an ihrem Prepaid-Tarren, Tarifangebot geschraubt und auch da ist es so, dass du nicht automatisch irgendwie, also wer könnte schon denken, dass er automatisch in den neuen Tarif, also von seinem alten, identischen Tarif in den identischen Neuen gestuft wird. Das kann man ja nicht erwarten, dass das irgendwie passiert, wenn der Neue natürlich attraktiver ist, weil wer sollte da schon automatisch abgegradet werden? Das heißt, wenn man einen dieser Tarife hat, sollte man mal nachschauen, wie der Neue aussieht und dann halt den entsprechenden Tarifwechsel durchführen. Und der Neue ist wahrscheinlich in 99,9 Prozent der Fälle, ich weiß jetzt nicht, ob es einen gibt, der in irgendeiner Form schlechter werden sollte, aber der ist immer besser. Also, ja, die, die prepaid bei der Telekom sind oder sein sollten, da vielleicht mal reinschauen, jetzt ist der Februar ein guter Monat, um auf den, ja, auf die neuen Stufen zu wechseln und man muss es selbst machen. Und sie haben auch eine unlimitierte prepaid-Option für ein Hunni im Monat drin. Die kam auch neu jetzt, Ja. Solche Sachen, das wird langsam und das geht jetzt dann so in eine Richtung, wo es schon ganz okay ist, okayisch. Das ist jetzt wahrscheinlich so, wir drehen jetzt die LTE-Verträge so auf erträglich und dann kommt der 5G und dann, ich habe bis jetzt, ich habe bis jetzt nicht verstanden, woher die Aufregung kommt, über 5G. Das ist falsch. Bei 4G hat das doch keinen Schwein interessiert. So, ja, okay. Ist halt eins mehr als drei. Und jetzt bei 5G kommen die Verrückten aus dem Busch. Das ist wirklich schrecklich. Ach du, Spoiler, 5G ist eins mehr als 4G. What? Das mag der verrückten Welt geschuldet sein, die auch verrückter geworden ist in den letzten Jahren. Also was, also, ich stand, ich stand neulich im Ort, hing, im Ort meiner Eltern hing, so ein Schwurbelplakat an so einer Plakatwand. So hier, Vortrag, warum uns wegen 5G alle die Hoden abfallen. Und so ähnlich. Ja, das ist ja nochmal eine ganz eigene Kiste. Das ist das eigene Verrückte. Ja, ja, ach, das meinst du. Also ich dachte, du meintest so den positiven Hype in 5G, wo irgendwelche selbstfahrenden Autos funken und alles. Also das kann ich dir erklären, wieso die, wieso solche, wie sagt man das, wie der Herr Scheuer zum Beispiel meint, dass man eben 5G für selbstfahrende Autos bräuchte. Ja. Das kommt davon, weil der Typ von der Telekom hinter ihm sitzt, hey, du, 5G. Ja. Voll gut. Genau. Deswegen sagt er das. Das macht auch technisch keinen Sinn, das ist einfach nur Lobby-Bullshit. Ja, okay. Aber, nee, ich meine die Verrückten, die dann diese Hodenplakate auf dem Stick. Ja, okay, okay. Na ja, ich meine, da steht dann dran so hier, warum wird wohl 5G so schnell plötzlich in den Markt gedrückt? Mhm. Was? Ja. Was? Ja. Und, ja, und warum werden hier Frequenzen benutzt, mit denen wir unsere Weißwürste in der Mikrowelle warm machen? Das ist ja nun auch eine berechtigte Frage, oder? Ja, also, ja. Und das Schöne ist dann, dass das, dass dann der Typ, der diesen Vortrag hält, der ist gleichzeitig Schwurbelmeister, aber, darunter auch irgendwie Diplom-Elektriker, Elektroniker, sag glaube ich, gewesen. Und damit ist es natürlich super legit, dass der natürlich sagt, hier, pass mal auf, hier, Hoden. Ja. Oh Mann. Naja, also, dass das, und, äh, Entschuldigung, noch ganz kurz eine Sache, ich hatte kurz überlegt, weil, wäre natürlich schon, schön, da mal hinzugehen, sich das mal anzuhören, und dann, da diese Veranstaltung zu trollen. Das Blöde ist, man kann ja nicht einfach hingehen und die Veranstaltung trollen, sondern man muss da der E-Mail hinschreiben und sich mehr oder weniger bewerben, dass man da hingehen darf, weil die Plätze sind limitiert. Und zack, stehst du auf der Liste von der AfD. Ganz genau, deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich hole nicht hin. Ja. Nee, lass mal. Gut, das, schauen wir mal, ob da, ob das überhaupt durchkommt. Ich glaube, das ist gesetzlich noch nicht so weit, dass da, dass diese Einjahreslaufzeit für solche Verträge, äh, schon so geregelt wäre. Aber gut, schauen wir mal.